Hallo zu einem Video, in dem ich euch die Minecraft Bacteria Mod vorstelle. Und dann fangen wir mal an. Ich habe schon alles vorbereitet. So, wir gehen in die Kiste und holen uns erst mal die Sachen von der Bacteria Mod. Dann habt ihr die Sachen in eurem Inventar. Dann gehen wir hier rein und unter verschiedensten Sachen, ne, egal, findet ihr unter diesem Lava-Eimer eben die Sachen hier noch unten. Das, dann hier die Sachen, dann holen wir uns noch mal dieses Mast. So, dann fangen wir auch mal an. Los geht's! So, hey, was guckst du blöd? Fliegen wir mal wohin? So, zuerst zeige ich euch das Mast. Hier ist doch ein guter Platz, oder? Ja. Weil das Mast muss man unter Wasser pflanzen. Also der Schimmel. So. Da muss man dann ein bisschen warten. Das dauert immer etwas. Ne. So. Dann lassen wir das hier mal drin. Dann können wir ja schon mit der einen Sache anfangen. So, dann gehen wir hier hin. Dann platzieren wir das. Dann setzen wir eine Grasblock drüber. Also das heißt, dass ihr das und das wegfressen möchten. Dann könnt ihr auch noch mit Steinen und allem anderen Zeug. Und dann die Redstone Torch aktiviert. Und Redstone Torch wieder weg. Und los geht's! Und wie ihr seht, es geht so schnell, dass man gar nicht mehr die Kontrolle hat. Hört mal, ach, baue ich hier mal mir schnell ein Haus. So, bauen wir hier mal schnell so ein Haus. So. Ne, nein, nicht so, genau. So. Baut man sich mal schnell ein Haus. Ja, und dann... Oh, ist es falsch! Oh, dann müssen wir schnell den Bakterienzerstörer nehmen. Dann einmal rechts klicken und... Bumm! 1144 Bakterias sind jetzt weggegangen. So, ich mach mal wieder Tag. So, Zeitwort auf Null gesetzt. Gut. Dann kann man das mit allen anderen Sachen machen. Und jetzt können wir mal dieses Bacterienwurfdrang nehmen. Und ein Wurf und... Puff! Überall Bakterien. Oje, oje. Wir schmeißen ein paar hin. Oje, 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 oje. Ach, du Scheiß, sind das die Bakterien. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiß, jetzt haben wir noch den Stein getroffen. Das ist gar nicht gut. Also, Bakterienzerstörer und... 1.345 Bakterien. Wie geil ist das? Ja. Dann zeigt das einem auch immer an. Äh. Wo war jetzt unser Bakterienmast? Ach, Mist. Jetzt muss ich wieder suchen. Ah, ist das immer schwer. Jetzt hätten wir irgendwie mal diese Stelle markieren. Ach, hier ist es. Ähm, es hat... Ähm... Neh. Fall ich auch noch runter. Es hat noch keine andere Farbe. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. So lang zeige ich euch die anderen Sachen noch. So, dann holen wir uns mal was Schönes. Wie wär's mit einem Diamantblock? Warte, schnell weg damit. Äh. Komm schon. So, holen wir uns hier diesen Diamantblock. Und dann kommen wir auch zum Bakterien... Dingsbums. Oder wie es auch immer heißt. Egal. Setzen wir das hier oben drauf. Dann drücken wir nur einmal Start. Und dieser Block ist ein ganz besonderer Block. Oh. Oh. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Das hört alles aus Diamant. Juppidu. Gut, wir haben Diamanten für unendlich. Das ist doch voll geil. Der frisst sich jetzt durch alles durch. Das kann unendlich gehen. Also nicht ganz unendlich, aber... So, so lange, dass man denkt... Dass man denkt, das hört nie wieder auf. So, jetzt zerstören wir das Ganze. Und... 584. Und das Coole ist... Ihr denkt, ach, eine Schicht, dann kommt wieder Grasblock. Nein. Eins, zwei, drei. Drei Schichten Diamanten. Ist doch voll der Hammer, gell? Ist doch voll geil. Ja, das ist... Ziemlich cool. So, was ist jetzt mit diesem Mast? Ach, komm, jetzt mach mal. Egal. Also jetzt setzen wir noch mal diesen Bacterienzerstörer. Oder wie heißt das? Na, ich vergesse immer. Egal. Dann noch mal hinsetzen. Ja, dann mach... Äh, ja, genau. Dann starten wir das noch mal. Und frisst er sich durch eben. Das kennen wir ja. Aber wir haben auch den Bacterienzerstörer-Block. Bringt wirklich nichts. Wird noch geupdatet vielleicht. Ach, jetzt geht's. Na, cool. Klappt mal was in der Vorschau. Ist doch perfekt. Ja, dann würde ich sagen... Sehr coole Mod. Was haben wir denn noch in dieser Mod? Eigentlich nix. Außer das. Ja. Und das Mast ist jetzt nicht fertig geworden. Hört euch mal wieder so blöd. Alles in der Probe auf. Alles klappt nicht in der Aufnahme. Ist so typisch. Nee. Eck. Och, komm schon. Äh, was soll ich denn machen? Genau. Und noch ein Wassereimer. Nee. Boom. Drin. Dann baue ich uns noch Schmilder das nach. Vier. Drei. Ich hoffe, dass das... Da baue ich jetzt so eine Art Aquarium, dass man das Mast gut beobachten kann. Wart kurz, dauert einen kleinen Moment. Ihr kennt es ja in Minecraft. Dann stelle ich auch mal vielleicht die Faster Building Mod vor. Nicht vielleicht, sondern ja. So, kommt morgen raus. Das ist die Faster Building Mod. Ja. Dann noch hier. Dann noch schnell Wasser überall hin. Dann da noch Wasser. Dann da noch Wasser. So. Und dann können wir hier eben unser Mast pflanzen. Unsere Schimmel anbauen. Wie ekelhaft. Schimmel. Ich mag kein Schimmel auf dem Brot. Deshalb. Ja. Und dann würde ich sagen, dann... Ach nee, jetzt habe ich das... Ah, jetzt habe ich das scheiße gebaut. Egal. Also so ist das dann ungefähr. Dann könnt ihr unendlich Diamanten machen. Unendlich alles zerstören. Und dann würde ich sagen, das war es dann auch für heute. Tschüss.